So, willkommen zurück. Weiter geht's. Das habe ich geplündert. Geh weg. Also die Türen gehen nicht mehr auf anscheinend. Das Bild fängt an so zu kriseln, wenn man in der Nähe von radioaktivem Zeug ist. Ok, ich glaube hier unten ist nichts mehr. Ich geh wieder hoch. Richtig rund läuft es irgendwie auch nicht so. Es ruckelt ein bisschen, meine ich damit. Jetzt geht's wieder. Das sieht einfach nur geil aus. Wenn wir Stunden dann zugucken. Irgendwie kommt mir das gerade total gut bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Keinen Abgang machen. Aber irgendwie check ich gerade nicht wo es lang geht. Ah, da unten, oder? Erstmal da, können wir da drehen? No. Wieso vielleicht irgendwie? Ah, da ist irgendwas. Ich will ständig irgendwas zischen. Nicht ganz blöde. Das war knapp. Speichern. Vom Horst. Was ist denn hier los, sag mal. Oder gehen die ganzen Türen nicht auf, weil ich irgendwie eine nicht zugemacht habe. Nein, ich hab gespeichert, scheiße. Nochmal laden. Die Energie brauche ich nicht verschwenden. Das war gerade totaler Blödsinn. Könnten das ja so machen. Ich will mich trotzdem falsch an. Nö. Perfekt. Irgendwie ist es komisch, dass die ganzen Türen nicht aufgehen. Aber irgendwie... Nee. Ah, da unten. Da unten. Oder? Aber ich bin verwirrt. Moment mal. Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht habe ich deswegen so viel Energie gekippt. Damit ich da getrost runterspringen kann. Oh Gott. Speichern. Ja. Ja. Wer wollte mich denn verarschen? Ich komme hier vor allem nicht mehr weg. Ah, da unten geht es lang, oder? Schnell laden sollte ich mir vielleicht mal einprägen. Schnell laden. Das F9. F9. Ich weiß gar nicht, wo ich gespeichert habe. Ah, okay. Passt. Jetzt muss ich wahrscheinlich da unten irgendwie hin. Da ist nichts los. So ein... Belichtungsfehler. Oh, Scheiße. Sorry, ich muss manchmal unterbrechen, um auf die Uhr zu kommen. Auf die Preise. Halleluja. Oh, nein. Soll ich da rein, oder? Diese Seite habe ich ganz dicht. Das sind irgendwie so Belichtungsfehler hier da. Aber... Das ist ja schließlich nur eine Mord. Jetzt sind wir... Ich sehe es. Da kommt irgendwas hoch. Was ist los ist, geht es zurück? Gut. Ah... Speichern. Was ist das denn rotes? Ha... Bin ja mal gespannt, wo das endet. Ich habe, wie gesagt, irgendwie nicht mehr viel von Half-Life 1 im Kopf. Obwohl ich muss sagen, dass es schon einige Orte gab, wo ich so ein Déjà-vu Gefühl hatte. Ziemlich starkes sogar. Ähm... Ich weiß nur, dass ich damals im Half-Life 1 diese... die Kämpfe gegen die Soldaten total nervig fand. Und so viel von den Soldaten haben wir noch gar nicht mitgekriegt. Gott sei Dank. Ich glaube, meine Röhre hat gerade einen Abgang gemacht, weil... Scheißvieh. Hei, die Kacke. Minen an die Wand befestigen. Ah... Jetzt habe ich diese Minen. Alles klar. Ich bin sehr nice. Ich speichere gleich mal wieder. Energie. Hä? Bist du leid von mir? Man hört irgendwie so ein... dumpfes Klopfen. Was ist das, Kumpel? Hey, das ist ja wohl Headshot. Jetzt. Okay. Oh Gott. Speichern. Was zum Geist das? Du Scheiße. Okay, ich glaube, ich brauche schwere Geschütze. Boah, fuck you. Der mit seinem Flammenwerfer, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt nichts. Aber er lässt mich ja auch nicht raus. Mit Munition habe ich auch nicht mehr viel. Ist der irgendwie kaputt? Ich bin verwirrt. Munition? Sehr schön. Granate vielleicht? Ich weiß nicht, ob das zu viel gebracht hat. Da liegt auf jeden Fall ein Stück Bein. Beziehungsweise liegt ein ganzes Bein. Bringt das irgendwas? Ist das die Frage? Was hat die gerade gesagt? Oh, halt. Probier mal nur die ganzen Granaten aus. So. Er zuckt auf jeden Fall zusammen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Aber er lässt mich hier auch einfach nicht raus. Komm, jetzt kippt doch einfach um. Sechs Granaten habe ich noch. Wenn da noch nichts passiert ist, dann lade ich und versuche es irgendwie anders. Ich habe es die mal wieder nicht ausgemacht. Tolle Sache. Ich glaube, das bringt alles nichts. So. Vorletzte. Ammunition. Die blieb. Kann ich durch das Auge schießen? Ich muss laden. Ich glaube, das bringt nichts. Ich verschwende hier nur meine ganze Munition. Ich meine, ich könnte auch einfach durchrennen. Ich werde einfach durch. Tschüss. Au, 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 au. Ach, schlau. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm her. Oh Gott. Nein. Nein. Ah, fuck you. Oh, reck. Oh, mal andere Waffen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Kerl jetzt besiegen muss, um weiterzukommen. Aber wenn, dann weiß ich nicht wie. Keine Ahnung. Ich speichere mal. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal hier drüben. Sind die Jungs dahinten tot? Na die jetzt Fetzer legt. Ich geh erstmal da hinten lang. Schau, was hier so ist. Nicht gerade sehr viel. Ach, das ist scheiß Vieh. Da ist jemand. Hey. Jesus. Du wirst nicht wissen, wie nahe du bist, um einen Punkt in den Augen zu bekommen. Hör. Herr. 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 Wenn du die Kraft aufhören kannst. Das Train da unten wird uns zum Service. Ach was. Ich würde mich nicht versuchen. Aber es ist ein langer Weg nach dem Generatorraum. Und da sind... Dinge im Weg. Okay. Okay. So lange du... bleibst aus dem großen Weg. Du solltest gut sein. Okay. Entscheidend kann man ihn wirklich nicht kaputt machen. Wir hatten auch gerade gemeint, ich soll mich fernhalten von ihm. Soll ich jetzt da runter oder soll ich dahinter gehen? Ich weiß es nicht so genau. Ich bin bei sowas immer total unentschlossen. Ich geh halt hier runter. Speichern wir nochmal. Diese fucking Headcrabs. Bomben verweckt. Okay. Abgeschlossen. Gott sei Dank. Ich wäre sowieso hier runtergekommen. Ah nicht. Ich komme hier gar nicht runter. Alles klar. Es war richtig, dass ich hier lang bin. Okay. Bis auf die Uhr schauen. Ist klar. Ein paar Minütchen haben wir noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Sie haben sich gerade selber gekillt oder? Ja, aber voll. Oh Mann, ihr Schlaumeier. So, nochmal saveen. Hallo, jemand da? ich fange an leitern zu hassen weg halt habe ich gerade bei mittagessen gestürzt ich habe keine glock mehr keine munition schau an hoch ich wollte gerade zur seite gehen damit ich nicht wieder irgendwie getroffen werde von irgendwas aber es lädt es geht schon weiter ich traue der sache trotzdem nicht so ganz fuck granate oder einfach so versuchen ich glaube granate sicher ein bisschen weit auch ein bisschen weit oh man shit 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 kumpel die haben schrotflinten am nutz ich habe mal die schrotflinte weil die ist gerade voll von der munition her noch einen die sind nicht gerade geizig sehr schön und speichern perfekt no smoking watch your step alles klar ok irgendwie klar dass es nicht aufgeht ich zück mal lieber die schrotflinte die kommen hierher ich kann sie dann in die luft sprengen ach ich hänge fest oder oder kommen die nicht hoch oder kommen die nicht hier hoch wahrscheinlich nix packt ah doch ok ich brauch die schießen aber auch recht gut ne ich schieße total scheiße ah ok mein bein ok die fiege noch mal taucht da einfach da auf ich glaube ich renne nochmal schnell zurück heil mich auch wenn ich nicht viel verloren habe nachher scheitert es da dran nachher scheitert es da dran so ja so auf